Um die Möglichkeiten der Texteingabe zu zeigen, verwende ich die Textverarbeitungs-App Pages. Du kannst aber ein beliebiges anderes Programm verwenden. Ich tippe auf Neues Dokument erstellen, wähle hier leer und sogleich wird mir die Tastatur eingeblendet und ich kann loslegen. Oha, eigentlich wollte ich schreiben fragt, aber es beginnt mit einem grossen F. Hier ist eingestellt, dass automatisch nach einem Punkt gross weitergefahren wird. Deshalb deaktiviere ich die Shift-Taste und schreibe nun weiter. Hier soll nun 100.000 Euro stehen und du siehst, ich habe auf die Zahlen getippt und gleichzeitig habe ich hier unten die Sonderzeichen und unter anderem auch die Währungen. Also die sind bei den Zahlen und Sonderzeichen. Weitere Sonderzeichen findest du hier über diese Taste und manchmal findest du hinter den verschiedenen Tasten noch weitere Sonderzeichen, beispielsweise mein Lieblings-Anführungszeichen, das liegt hier dahinter. Ich habe nun noch gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Um jetzt dieses C zu korrigieren, halte ich den Finger etwa an dieser Stelle gedrückt und es poppt so eine Lupe auf. Ich kann direkt in Anschluss an dieses C hinfahren und jetzt die Lösch-Taste betätigen. Und stattdessen, indem ich das C lange gedrückt halte, ein Alternativzeichen, eben dieses Circumflex, auswählen und einfügen. Wenn du einen ganzen Abschnitt oder mehrere Wörter auswählen möchtest, zum Beispiel um sie fit zu machen, so machst du einen Doppeltipp und mit diesen Anfassern kannst du dann das entsprechende Wort auswählen und beispielsweise dann fit machen. Wenn ich weiter schreibe, so siehst du, beim Schreiben werden mir laufend Vorschläge gemacht. Ich muss also das Wort gar nicht fertig schreiben, sondern kann, wenn ich das sehe, gleich das richtige Wort auswählen und kann so viel effizienter arbeiten. Als letztes noch zur Tastatursprache. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass bei mir unten in der Tastatur so ein Globus-Symbol liegt. Bei dir ist es möglicherweise ein Smiley. Das Globus-Symbol, das erscheint immer dann, wenn du mehrere Sprachen oder Sprachtastaturen aktiviert hast. Dazu gehören auch diese Emoticons. Ich habe jetzt Englisch und zwei verschiedene Arten der Schweizerdeutschen Tastatur aktiviert. Das machst du in den Einstellungen unter Allgemein-Tastatur. Du siehst, ich habe hier vier Tastaturen. Die kannst du beliebig hinzufügen oder mit einem Wisch nach links auch wieder löschen.